Musik Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Ihr seht, ich bin nicht bei mir zu Hause wie sonst. Ich befinde mich in Tschechien im Urlaub in Mariansk Gelassene, in Deutsch Marienbad. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Behinderungen ist es nicht immer einfach, wegzufahren. Als recht für Menschen mit schweren depressiven Störungen, Panikattacken, Sozialphobie. Aber ich habe es trotzdem gewagt, für ein paar Tage nach Tschechien zu fahren. Klar, da muss man viel umsteigen. Und man hat schon vorher Angst, schaffe ich das? Kriege ich das hin? Ja, klar, ich habe diesmal die Fahrten so versucht zu buchen, zu strukturieren, zu planen, dass ich mindestens eine halbe Stunde überall Aufenthalt habe. Weil die Angst, irgendwo diesen Zug zu verpassen, ja, und dann sind immer so viele Menschen. Und da war das gestern dann auch. Man bekommt dann auf einmal Schweißausbrüche, man findet seinen Platz nicht so schnell, ja, und hofft dann, hoffentlich klappt alles. Ich wusste ja, ich nehme ja Larmotrigin unter anderem. Ich habe das gestern dann nicht genommen, weil Larmotrigin macht mich sehr schläfrisch. Und dann wäre ich wahrscheinlich im Zug, in diesem Sitz eingeschlafen. Ja, und das ist dann auch wieder so ein Druck, ohne Medikamente, auf Reisen gehen, ist natürlich nicht einfach. Klar, sonst fahre ich ja mindestens einmal ein Jahr, wenigstens ein paar Tage nach Tschechien. Das ging letztes Jahr nicht und Anfangsjahr natürlich auch nicht, durch die Pandemie. Ja, und dazu muss man über die Maske tragen, in Zügen, in Bussen, ja, und das strengt ja auch noch an, wenn man da drei, vier Stunden im Zug sitzt, ja, ist das nicht einfach. Und dann bekommt man Panik, innerliche Unruhe, Ängste und hofft, dass man bald am Ort ist. Wie gesagt, ich habe es geschafft, aber war natürlich nicht so einfach. Ja, viele denken jetzt, warum fahrst du überhaupt weg? Ja, manchmal muss man einfach aus seinem gewohnten Umfeld raus, ja, und natürliches Ausland. Aber für Menschen, die nicht so viel Geld haben, ist Tschechien eigentlich noch das Preiswertste, weil Deutschland, Österreich, ist das nicht immer finanziell so einfach. Und Tschechien ist ein schönes Land, klar, es hat kein Meer, aber man entspannt hier. Ich bin hier in Böhmen, hier ist Wald, hier ist ein Kurort, ja, da kommt ich runter. Aber ich merke dann nach so, nach dem Mittagessen, es geht gerade nicht weiter. Ich muss mich dann auch hinlegen, ja, Applaus ruhen, ja, liegt halt auch in den Medikamenten. Und die Ängste spielen immer mit, wenn irgendwas nicht so funktioniert. Wenn man die Ängste hat, kann ich damit mal wieder umgehen. Klar nehme ich heute alle meine Medikamente, aber wie gesagt, Zugfahren ist nicht immer einfach. Und es strengt natürlich auch an. Ich war gestern schon um neun im Bett, was normalerweise sehr fast nie vorkommt. Ich war einfach fix und fertig. Aber, ja, verreisen ist schön, braucht man auch. Aber es ist natürlich ein innerlicher Druck. Wenn man Angst hat, man schafft das nicht. Viele Menschen mit bestimmten Erkrankungen trauen sich manchmal nicht, überhaupt in eine Straßenbahn einzusteigen, weil sie Angst vor den Menschen haben. Ja, und die Züge waren gestern nicht gerade leer. Wo ich hatte ein Sitzball für mich alleine. Ich saß am Behindertenplatz, darf ich ja mit meinem Schwerbehinderausweis, mit Merkzeichen G und B und 90 Prozent Schwerbehinderung. Aber klar ist das nicht immer einfach dann, die Fahrten, die stundenlang dauern. Ist halt, man fühlt sich dann, als würde manchmal hier alles hochschießen, aufplatzen, der Körper. Ein sehr schwerer innerlicher Druck. Und viele Menschen verstehen das natürlich nicht, dass das so ist. Dass man psychisch krank ist, kann man halt nicht immer sehen. Meistens so gut wie gar nicht sehen. Und Panikattacken, ach, stelle ich nicht so an. Ja, aber Panikattacken, Ängste, depressive Schübe sind kein Ponyhof. Sind das irgendwie mal so, ja, wie ein Husten. Ja, vergeht. Psychoerkrankungen sind bei bestimmten Menschen gar nicht mehr heilbar. Oder man hundert sie mit Psychopharmaka. Ja, ich bin froh, dass es so etwas gibt natürlich. Also, sonst hätte ich diese Fahrt hier gar nicht gepackt. Ja, weil es strengt ja alles an, die Psyche. Dann muss man drauf auf Toilette und sonst was. Viele erbrechen dann auch. Ja, Reisekrankheit gibt es ja auch. Also, es ist nicht immer einfach, auf Reisen zu gehen. Aber ich habe es geschafft. Und ich glaube, viele Betroffene, es ist machbar, auch wenn es sehr schwer ist. Aber manchmal muss man aus seinem Umfeld doch wieder raus, um ein bisschen was anderes zu sehen, runterzukommen. Und nicht immer so viel zu Hause nachdenken. Weil dann habe ich den nächsten Therapeuten-Termin. Ach, dann muss ich wieder zum Arzt. Und dann findet er wieder was Neues. Und findet er eine neue Diagnose. Ja, weil dann irgendwann kommt wieder eine Klinik. Man weiß das ja nie, wenn man stark psychisch krank ist. So, ich hoffe, ich konnte euch das Thema wieder nahe bringen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Diesmal dann wieder von zu Hause. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.